So, hallo Bill. Oh, Moment, was macht ihr? Jetzt lädt ihr wieder. Na komm. Ich verspreche euch mit dem Video heute, euch das Gnade runterfallen, etwas von nur ganz, ganz wenige Wissen. Wer in die USA kommt und nicht auf den Kopf gefallen ist und eine Ausbildung hat, nicht im hohen Management, kein Chorifäer auf einem Spezialgebiet oder Wissenschaftler, einfach nur eine Ausbildung reicht aus oder eine Gewerkefachkraft aus irgendeinem Bereich, dieses Land hat ein System geschaffen, wo du am Ende als Millionär rauskommst. Warum fragt ihr euch? Wie sind alle Leute so erfolgreich in Amerika? Ja, bitte. Na. Wenn du als Deutscher in die USA kommst, mit dem Wissen, was ich dir jetzt erzähle, wirst du mir zustimmen, 100% zustimmen. Und wenn du mir nicht glaubst, das Wissen ist im Internet auf den amerikanischen Regierungswebsitern, steht da schwarz auf weiß, nur keiner ließ es und keiner weiß es. Na, ich fang mal direkt mit dem an. Ja, Bill, wie sieht es aus mit der Kunst in Amerika? Gibst du Kunst? Moment, ich muss mal hier, was? Ah, Moment, na, stopp. Ah, Bill, es ist gestoppt, mein Name ist Knox. Ähm, bin ein Maler. Genau, und ich würde eigentlich ganz gerne mal in der Amerika meine Bilder zeigen. Meine, ähm, ich glaube, dass die Amerikaner mein verrücktes Zeug schon mögen. Zum Beispiel, schau, eben hier, hab Dürer im Herzen. Ich male altmeisterlich und Dürer natürlich ist hier zitiert. Mit mir selbst ein Selbstbildnis, ich hab mich da etwas verfremdet mit Mehl und so weiter. Und das, das ist ein Bild, das nenne ich, schau mich an, du Sau. Und, ja, jetzt gehen wir da rüber, schau, Bill, ja. Come on, wir gehen jetzt da rüber in meine Malküche an. Und da kann ich kochen und da male ich auch. Da ist auch eine, und ich bin gerade an dieser Arbeit dran. Und so, ich male da gerade hier eine Ratte, schau, die muss da her. Und die Rückseite von der Ratte, also da, äh, ich mache mich, male mich selbst in dem Bild, wie ich da, äh, ins Herzenlicht schaue. Und hier, das ist, wir haben eine Burg, die tausend Kilometer lang ist. Und dort wurde eine Herzogin vor 500 Jahren eingemauert. Nein, ein Koch von einer Herzogin wurde da eingemauert, wie es heißt. Und das mache ich halt als Bild. Äh, also das, Thematik eingesperrt zu sein, Angst zu haben und, äh. Äh, also das, die, 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 die